Verpackungsstahl und welche Potenziale er hat, das kann man sich bequem von der eigenen Firma aus erklären lassen. Denn Deutschlands einziger Weißblech-Hersteller bietet seinen Kunden ein umfangreiches Angebot an digitalen Schulungen an. Die hat Thyssenkrupp-Rasselstein mit der Tinplate Academy noch einmal professionalisiert und auf eine neue Stufe gehoben. Zu den Lerninhalten zählen Deep Dives zum Produkt Weißblech und dessen Einsatzmöglichkeiten, das Thema Nachhaltigkeit von Verpackungsstahl und eine Vielzahl weiterer Inhalte aus der Weißblech-Welt. Das Team der technischen Kundenberatung ist auf alles vorbereitet und freut sich auf die nächsten auch digitalen Beratungen. Eine Aufstellung der Schulungsthemen finden Sie nun auch in unserer Packaging-Steel-App. Kontaktieren Sie bei Interesse einfach Ihren bekannten Ansprechpartner der technischen Kundenberatung oder unser Sekretariat über unsere allgemeine E-Mail-Adresse. Selbstverständlich kommen wir aber auch weiterhin persönlich bei Ihnen vorbei und machen die Schulungen vor Ort, so wie es Ihnen am besten passt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017